Mein Name ist Christian Ströbele. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich bin dort zuständig für die Grünen, unter anderem für die Überwachung und Kontrolle der deutschen Nachrichtendienste. Derzeit beschäftige ich mich vor allem mit dem größten Spionageskandal der Weltgeschichte, nämlich den, den Edward Snowden durch seine Veröffentlichung seiner Dokumente nach draußen gebracht hat. Ich fordere alle auf, zur Europawahl zu gehen, vor allen Dingen die, die nicht wollen, dass in Zukunft von einem europäischen Land, nämlich Großbritannien aus, die USA, der dortige Geheimdienst NSA, unterstützt wird bei der Ausspionierung der deutschen Bundeskanzlerin und der Bundesregierung und was viel, viel schlimmer ist, der Ausspionierung der gesamten deutschen Bevölkerung, der Speicherung unserer aller Daten und der Aufarbeitung und Ausnutzung dieser Daten möglicherweise zu unser aller Nachteil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 im Hochwert undilan